Ah, einen wunderschönen guten Tag zum Let's Play von Burcher See. Ja, Freunde, es ist jetzt richtig. Wir sind wieder mal auf Burcher See. Und jetzt habe ich die Kaste hier. Also mit dem neuen Wagen raus. Also bin ich gerade dabei, aber mit Holz. Und das hergestellt. Und, ja. Das ist die Wand ja noch. Manchmal das Rastfeld dünn hier. Und das wächst. So. 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 Ja. Was muss ich den aufbauen? Was? So, die Flucht durchsetzen, da blöchelt ja alles. Freunde, bei YouTube. Wie gesagt, auf der Borchersee. Sorry. Tschüssi. Schlecker. Schlecker. Vielen Dank für's Zuschauen. Mein Handy wieder. Okay, wir müssen mal kurz das Let's Play abbringen hier. Ja, genau, auf der Purchasee, meine lieben Freunde. So, jetzt machen wir das Ding. Okay. Okay. Okay, das ist ja so. Okay. 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 Ich kann hier stehen, aber das hat es nicht. Was das Holz macht, Braubretterpaletten, Eier, Eier, das Feene hier rein, die Eier, und dann ... weizen Vielen Dank. 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 And... ... 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